Hi, dieses kleine Video ist für alle Teilnehmerinnen der LernOS Convention 2021, Agile trifft lernende Organisation, am 24. und 25. Juli gedacht, you know. Und ich will euch da jetzt ganz kurz mal zeigen, die wichtigsten Infos, die ihr braucht für die Teilnahme. Das macht vielleicht Sinn, das zu zeigen, nicht nur zum Lesen. Wir haben euch hier auf cogneon.de in unserem Blog, wenn ihr da oben auf Blog klickt, da ist es einer der letzten Einträge, einen Blog geschrieben, der heißt Loscon21, alles was ihr für eure Teilnahme wissen müsst. Und hier ist textuell auch alles beschrieben, was ich jetzt kurz erzählen und zeigen will. Also da könnt ihr gerne auch den Blog lesen, da sind auch alle Sachen verlinkt, die ich zeige. Vielleicht das Wichtigste, um dabei zu sein, braucht ihr ein Ticket. Wenn ihr das noch nicht habt, gibt es den Ticket-Shop. Dort könnt ihr euer Ticket kaufen, das ist so ein kleiner Online-Shop. Da könnt ihr hier die Anzahl Tickets auswählen, zum Warenkorb hinzufügen und entsprechend kaufen. Man kann auch mehrere auf einmal kaufen. Wichtig ist, dass ihr alle E-Mail-Adressen von allen Teilnehmerinnen angibt, weil jeder sozusagen ein eigenes Ticket bekommt, mit dem ihr dann auch Zutritt zu unserer Online-Interaktionsplattform habt. Das ist wichtig, wer möchte, kann auch vorab schon, wir haben ja im Programm Impuls-Vorträge, Lightning-Talks, aber ihr könnt auch Sessions, Workshops schon einreichen und Lightning-Talks. Die Lightning-Talks finden am Nachmittag des ersten Tages statt, die Sessions und Workshops im Barcamp-Stil dann am zweiten Tag. Die könnt ihr hier über unseren Call for Participation einreichen, auch der ist hier auf diesem Blog verlinkt. Jetzt wird es wichtig, wenn ihr ein Ticket habt, unsere Online-Plattform erreicht ihr unter dem Link loscon21.venueless.events, ist die Plattform Venueless, die da dahinter steckt und den Zugangslink erreicht ihr über euer Ticket in der Ticketing-Plattform Pre-Ticks. Das sieht dann so aus, ich zeige euch das hier mal auf meinem Ticket. Wenn ihr das Ticket bezahlt habt, das ist wichtig, dass es vorher bezahlt ist, dann steht hier oben bestätigt, also dann seht ihr hier eine grüne Fläche und dann erscheint hier ganz oben ein Kasten, Online-Event beitreten und hier kommt ihr quasi mit einem Klick dann in die Online-Plattform rein. Das ist ganz wichtig, dass ihr das habt, bevor die Veranstaltung stattfindet, sonst kommt ihr dann nämlich nicht rein. Wenn ihr da draufklickt, zeige ich euch im nächsten Schritt, damit landet ihr in einer Plattform, die sieht so aus. In der linken Seitenleiste habt ihr alle Links, die wichtig sind, so ähnlich wie wir das von Internetseiten gewohnt sind, wie so eine Sidebar, so eine Navigation. Dort gibt es auch die allererste Seite, haben wir genannt Willkommen, wo wir schon mal die wichtigsten Infos für die Teilnahme draufgeschrieben haben. Also was sind die einzelnen virtuellen Orte, da gibt es einige, die ich euch noch zeige. Wo findet ihr die Assemblies, wie funktioniert unser Bereich, unsere Insel, auf der wir uns befinden, wo dann auch die Assemblies sind, wo ihr euch in kleinen Gruppen treffen könnt, untereinander vernetzen könnt. Da steckt Work Adventure dahinter. Und hier unten bauen wir noch so einen Bereich, Tipps und Tricks, FAQ aus, wo wir alles reinschreiben, was uns so auffällt, was euch helfen könnte, um euch den Besuch quasi der LernOS Convention so einfach wie möglich zu machen. Da findet ihr auch den Zeitplan. Da ist im Moment der Zeitplan für die Eröffnung, also für den ersten Tag, wo wir alle gemeinsam noch auf der Bühne sind, das Programm gemeinsam genießen können. Also die Eröffnung, die vier Impulsvorträge, die stattfinden werden, die Stunde mit den Lightning Talks und auch das Abendprogramm, ganz wichtig, nehmt euch für abends nichts vor. Hier gibt es für Kinder und Junggebliebene eine Mindtest Challenge, wo wir in so einem Spiel den LernOS Freizeitpark bauen. Wir eröffnen die Abendveranstaltung offiziell um 19 Uhr. Es gibt einen Live-Podcast mit der Sabine Kluge zu Working Out Loud und LernOS. Wir schauen uns natürlich an, was in der Mindtest Challenge gebaut worden ist. Und um 21.15 Uhr gibt es ein Live-Konzert mit Enno Bummer. Auch ein Highlight in so einer Hi-Fi-Online-Umgebung, wo ihr mal so richtig wieder Konzertatmosphäre habt und Applaus geben könnt und den Künstlern auch Dinge fragen könnt. Also das seht ihr hier am Zeitplan. Dann werden so ab nächster Woche 17.06. nach und nach die ersten Leute hier auftauchen im Teilnehmerinnen-Bereich. Das sind jetzt schon Leute aus dem Orga-Team drinnen. Da ist zum Beispiel der Karl-Heinz. Hier könnt ihr mit einzelnen Personen, könnt ihr die anschreiben, könnt ihr chatten, könnt ihr auch anrufen. Also es gibt kleine Audio- oder Videocalls über das Teilnehmerverzeichnis. Können theoretisch auch Leute stumm schalten. Ich hoffe, das ist nicht notwendig. Das findet ihr dort. Und ihr findet dort unsere Insel. Hatte ich gerade erwähnt. Das ist sozusagen der Work-Adventure-basierte Bereich, wo zufällige Begegnungen und spontane Gespräche möglich sind. Da könnt ihr quasi hier mit so einem Avatar frei über die Insel laufen. An den Lagerfeuern sind überall nochmal Videokonferenzen hinterlegt, wo man sich austauschen kann. Jede Station hier, wo typischerweise Teams sind von den LernOS-Leitfäden, hat auch nochmal ein Whiteboard. Da steckt Conceptboard dahinter, sodass man da eben, wenn man auf eine schlaue Idee kommt, auch direkt arbeiten und Sachen dokumentieren kann. Dann haben wir eine Bühne. Das ist der nächste Eintrag hier. Das sieht man jetzt im Moment. Streamen ist online. Dort wird der Livestream sein. Also dort findet ihr alle Programmpunkte, die zentral auf der Bühne stattfinden. Die wir dann von unserer Insel aus streamen. Die streamen, die Anmoderation, die Impulsvorträge, die Lightning Talks und so weiter. Da habt ihr die Möglichkeit, hier unten drunter Reaktionen zu geben. Also wenn euch was gefällt, könnt ihr klatschen, ein Herz geben, einen Daumen. Aber auch wenn ihr was komisch findet, könnt ihr ein komisches Gesicht machen. Das funktioniert hier unten drunter. Rechts gibt es ein Chat. Das ist so, wie ihr es von Teams oder Zoom oder Webex oder so gewohnt seid, dann der Chat für den Livestream. Wenn der Livestream nicht online ist, ist hier so ein Standbild. Dann lohnt es sich mal ins Programm zu schauen, in den Zeitplan, wann es dann entsprechend weitergeht. Dann bei den Kanälen links gibt es verschiedene Textchats, zwei Stück. Es gibt einen allgemeinen Chat, der ist so, für die, die letztes Jahr dabei waren, hat man eine Telegram-Gruppe gedacht als übergreifender Chat, wo ihr Links tauschen könnt, wo ihr Sachen ankündigen könnt, wo ihr was auch immer tun könnt. So ein bisschen wie so ein internes Twitter der Veranstaltung, könnte man sagen. Und es gibt noch den Infodesk, der wird dann besetzt sein, mit der Laura zum Beispiel. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Probleme habt, geht ihr hier in den Infodesk rein, stellt die und dann wird euch da so schnell wie möglich geholfen. Dort sind auch die fünf Breakout-Räume für den Barcamp-Teil. Den wir mal so nach unseren geistigen Urvätern sozusagen des Oberthemas Agil trifft lernende Organisation benannt. Hier zum Beispiel der Daniel Massig als Namenspatron für den Raum Massig. Wenn ihr da draufklickt, dann landet ihr in der Videokonferenz. Dahinter steckt BigBlueButton. Das heißt, da habt ihr eine Videokonferenz, wo ihr euch austauschen könnt entsprechend und daran teilnehmen könnt. Wer BigBlueButton kennt, da gibt es die Möglichkeit, hier nochmal einen Chat im Raum zu haben. Also da könnt ihr quasi innerhalb des Raumes chatten, nicht verwechseln mit dem allgemeinen Chat hier. Der ist außerhalb des Breakout-Raums. Es gibt geteilte Notizen. Dahinter verbirgt sich so ein Etherpad, wo ihr gemeinsam Dinge aufschreiben könnt, notieren könnt, Links dokumentieren könnt. Hier unten gibt es die Möglichkeit, wenn man Präsentator ist, auch Umfragen zu machen. Da werden wir alle Session-Owner dann zum Präsentator der Seite machen und entsprechend hier auch sozusagen Inhalte zu teilen. Also grob, wie ihr es gewohnt seid, vielleicht von Teams oder anderen Videokonferenz-Tools. Oben auf den drei Punkten gibt es noch den Eintrag als Vollbild darstellen. Das heißt, wenn ihr euch voll auf die Session konzentrieren wollt, klickt da drauf. Dann seht ihr quasi den Breakout-Raum im Vollbild. Wenn ihr auf Escape geht, dann wird er wieder klein und ihr habt hier die linke Navigation wieder im Zugriff. Wichtig auch, wenn ihr in so einem Raum wart und geht raus, ich gehe jetzt zum Beispiel mal auf den Willkommensbereich wieder, dann sieht man hier oben ganz klein, du hörst gerade raummässig. Also das heißt, ihr bleibt in dem Raum drin. Ihr könntet theoretisch kurz im Programm was nachschauen, dann hier mit einem Klick wieder in den Raum reinspringen. Wenn ihr sagt, ich will aus der Session gehen, so die Bienen und die Hummeln im Open Space gesetzt, der zwei Füße, kann man hier einfach kurz auf das X klicken und ist quasi aus dem Raum wieder draußen. Genau, das war es schon fast. Hier unten, wenn ihr euch Nachrichten schreibt, also wenn ich mir hier jemand rauspicke, hier Olli zum Beispiel, würde den anschreiben, dann würde hier unten quasi eine Chat-Historie entstehen. Klicke ich jetzt nicht rein, ich weiß nicht, was mir da geschrieben wurde. Aber so könnt ihr quasi untereinander auch einen Text-Chat machen, das ist das, was letztes Jahr in Remo der persönliche Chat war. Hier unten bei der Ausstellung, da werden wir noch die einzelnen Leitfäden-Themen abbilden, dass ihr zu den ganzen Lern-Ois-Leitfäden, die auf der Lern-Ois-Convention vertreten sind, auch einen direkten Link habt. Da fügt man dann auch die Personen dann zu den entsprechenden Ausstellungen, wird es da genannt hinzu, sodass ihr gleich sehen könnt, wen kann ich denn jetzt zu Sketch-Noting beispielsweise oder zum Diversity-Leitfaden ansprechen und da habt einen schnellen Kontakt. Genau, das ist auch mal grob der Überblick. Was es noch gibt, wir haben natürlich einen Merch-Shop wieder, also wer Lust hat, sich so ein bisschen mit T-Shirts, Tassen aufklebern, Polos einzudecken, gibt es auf Spreadshirt einen Merch-Shop, da kann man sich das entsprechend aussuchen. Gibt es ja auch verschiedene Farben, wenn die Farben nicht gefallen, kann man hier die Farben wechseln, Kleidungsgröße aussuchen und dann entsprechend bestellen. Wird nicht über uns abgewickelt, also das heißt, wir verschicken die natürlich nicht selber, werden on-demand gedruckt. Achtet da halt drauf, wenn ihr was bestellen wollt, dass ihr das rechtzeitig macht, damit es auch rechtzeitig vor der LernOS-Convention noch bei euch ankommt und nicht einen Tag zu spät. Das wäre blöd. Ja, das ist soweit alles. In dem Blog hier werde ich das Video, was ich jetzt gerade aufgenommen habe, auch einbetten. Wenn ihr noch Fragen habt oder Dinge offen bleibt, kontaktiert uns einfach, sprecht uns an auf Twitter über at mention cogneon oder auf der Startseite von der cogneon.de steht der Zugangslink zu unserem Slack-Netzwerk. Das heißt, dort könnt ihr beitreten. Dort gibt es einen Kanal LOS-Con 21. Darüber erreicht ihr auch das Orga-Team. Ansonsten vielleicht noch ein Hinweis. Habt ihr vielleicht gesehen, die ganze Technik ist browserbasiert. Also ihr müsst euch nichts runterladen oder installieren. Alle Tools oder alle Dienste, die wir nutzen, laufen im Browser. Wir empfehlen idealerweise einen Chrome-basierten Browser, weil da funktionieren diese Web-RTC-basierten Videokonferenzen am besten oder ein Firefox, was nicht so gut funktioniert, sind alte Internet-Explorer zum Beispiel oder Safaris. Da müsst ihr einfach mal ausprobieren, was da für euch passt. Ja, soweit. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns, euch alle zu sehen, wiederzusehen, auch neue Leute zu sehen. Das war soweit, was ich euch erzählen wollte. Und wir sehen uns dann hoffentlich am 17.06. zur Vorab-Videokonferenz und dann auf der LOS-Consel. Bis dann, macht's gut.